Mach Midsommer am vergangenen Samstag bei Ikea in der Ulmer Blaubeurer Straße. Und was darf bei einem typisch schwedischen Midsommerfest nicht fehlen? Natürlich der Blumenkranz. Den konnten sie sich im Ikea-Außenbereich ganz einfach selbst zusammenstellen. Sieht nicht nur toll aus, sondern soll jungen Damen auch Glück in der Liebe bringen. Für die kleinen Ikea-Besucher war ein altes Feuerwehrauto aus dem Jahr 1962 vor Ort. Und das durfte man sich auch mal von innen anschauen, ganz klar. Im Innenbereich erwarteten sie die Donau-3FM-Moderatorin Sabrina Gander und Jürgen Ortlieb aus der Gute-Laune-Morningshow. Die beiden hatten neben Eisgutscheinen auch eine Fotobox dabei. Mit der Box und der Mach-Midsommer-Fotoleinwand konnten sie schnell ein Foto schießen und mit ein bisschen Glück wertvolle Ikea-Einkaufsgutscheine gewinnen. Mit bunten Blumenkränzen und tollen Einkaufsgutscheinen kann der Sommer nun endlich kommen und bleiben. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020